Jippie-Jey! Ein Hebe! Oh je! Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wo du landet bin? Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. So darf ich in die andere Richtung gucken. Hm. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber... Ich bin im Kreis gefahren. Ah, wo bin ich denn gelandet? Hm. Interessant. Jipp, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Ich bezweifle, dass es Nudelrezepte sind. Abgeschlossen. Oh. Alle Signale schenken, als könnte mich... Oha! Es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Ganz groß. Jippie-Jey! Schon wieder der Hebel! Hahaha! Was war denn da für ein Hebel? Warte mal eben kurz. Wum! Jippie-Jey! Jippie-Jey! Ah, da! Ah, interessant. Es ist natürlich einfacher. Aber wir haben... Ich freue mich ganz doll, das zu sagen. Wir haben... Äh, verschiedene Strommunkkehrer. Ne, den Avialen hatten wir ja schon. Das wollen wir nicht. Was? Oh, oh. Nein, 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 nein. Puh. Das hier... Nicht nochmal. Hm. Eine Interess... Was? Oh, oh. Nein, nein, nein. Puh. Nicht nochmal. So, mein Bike. Vielleicht funktioniert das dann, wie der Doktor es gesagt hat. Hm. Wenn ich einen Stromm... Eine interessante Theorie. Hm. Eine... Genau die richtige Kutsche... Hä? 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 Ich finde das ist so retarded von dem. Nein, da wollte ich ja nicht hin. Ohne mein Bike passiert das. Nein, wahre Kreativität. So, jetzt probiere ich hier grad schon wieder rum. Ich will mir hier doch kein Bike bin. Ich will mir hier doch ich bin. Ein Umkehrs. Ein Umkehrs. Scherben, aber ich brauch. Hm, ich überlege gerade. Eins steht fest, das ist nicht der. Ah. Es muss der Sicherungs. Der Kastenatz könnte mich eine naive. Genau die richtige Kutsche. Guck mal einer an. Oh. Oh. Ein Bein reicht mir. Wo war ich denn mit dem. Ah. Warte mal kurz. Hm. Und wieder bin ich dem geheimen. Naja. Ich skippe das glaube ich viel zu sehr. Das sollte ich mal unterlassen. Nee, das will ich nicht. Das will ich. Ein Achtkant. Ah, okay. Ja, okay. Kann ich zumindest Gold da rüberschiffen. So. Oh, ich muss gleich auch echt eine Pause machen hier. Langsam ist hier aber auch Schluss mit lustig. Aber das ist doch jetzt gerade. Läuft gut. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Jetzt nur noch Goal in das Mein-Bike. Und... Wham! Da 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 da... Äh, wo ist das Mein-Bike? Mist. Ich wusste ich hab was vergessen. Ach du Depp! Nicht so lange ich ... Jippie! Schon wieder der Hebel! Ich überlege gerade, wofür könnten wir die rote Lampe gebrauchen? Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild, ohne Bowl kann ich hier eh nicht weg. Ja, aber ich will ja, dass du da hinfährst, du Vogel. Jippie! Schon wieder der Hebel! Ich will, dass du da rüber, dass du doch da ... Ich habe noch nicht genug Schrott geladen. Das doofe ist ... Der soll mich hier ein Stück weiter versetzen. Das heißt ... Jippie! Schon wieder der Hebel! Jippie! Diese Stimme, ey! Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Das ist übelst geil, die Stimme. Aber ich muss irgendwie mit dem Minecraft dahin kommen. Wie komme ich denn mit dem Minecraft dahin? Mit dem Minecraft dahin? Nicht Minecraft. Zu viel Minecraft. Bringt das vielleicht was? Ähm, nach unten? Ach, Kinder! Da steht, ich habe noch halb zur Welt ohne Goal. Jippie! Schon wieder der Hebel! Ha, 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 ha! So, jetzt ... Aaaaah! Nicht so lang ... Ich halte nichts für meinen Blick. Egal wie laut ... Ah, guck mal. Oh, den habe ich ja gar nicht gesehen. Da nehmen wir doch das Skelettbein. Der tote Schaffner wird zum weichen Hebel. Welche Ironie. Mist. Passt nicht. Ich brauche wohl doch den Hebel. Achtkant-Schlüssel? Mist. Ich brauche ... Wo kriege ich denn den Hebel her? Wollt ihr mich verarschen? Ich habe einen Stromumkehr. Ich sollte mir die ... ... ... ... ... ... ... ... Der Gleis Die beiden sind nicht weder pratt Scherbenbring Aber ich brauche So gerne ich mag einfach keine Scherbenbring Aber ich brauche Die beiden sind weder pratt Mal gucken was passiert Wenn ich an dieser Schraube dort drehe Was ist das denn? Was ist das denn? Oh man könnte vielleicht Der Gleisarbeiter hat offenbar seine letzte Weiche gestellt Ja wo gibt es denn die letzte Weicheneinstellung? Wieso ist es so leise? Ich könnte... Ram damit Passt nicht Scherbenbring Kann ich vielleicht das hier? Oh die schlechten Witze Lass mal sein hier Hier fehlt doch Na klar Mein Interesse Hier fehlt doch Ähm Jetzt lassen sie mich doch alle mal überlegen Was kann man denn am besten machen? Mh Tö 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 Wir brauchen einen Lappen Oh und ich hab schon wieder Escape gedrückt Das wollte ich nicht Wir brauchen einen Lappen Warte mal Ich werd wahnsinnig Ähm Ne Den hier Wir können noch Den Scheiß da vorne Nicht fallen lassen Okay Hä Er ist komplett verdreckt Wo ist Scherbenbring Scherben Warte mal Was passiert denn jetzt Wenn ich jetzt mit dem Bike fahre? Jippie Hihi Schon wieder der Hebel Hahaha Okay Das war nicht die gewünschte Wirkung Hm Oh scheiße Was mach ich denn jetzt Ich komm nicht drauf Klar Leute Jippie Hihi Schon wieder der Hebel Hahaha Schon wieder der Hebel Ich mach hier die ganze Zeit Nur Nein Kann ich nicht So ich hab den Spiegel da aufgestellt Mist Fast nicht Ich brauche wohl doch den Hebel Genau die richtige Kann ich die immer noch nehmen? Ich wusste gar nicht Dass ich die noch nehmen kann Ja habe ich immer noch Die könnten wir doch Nein Böser Hufus Wir brauchen einen Lappen Wo finde ich denn einen Lappen? Oder habe ich den jetzt gerade übersehen? Och Nee Ja okay Dann machen wir erstmal den hier sauber Dieser trockene Lappenverdammus kaputt Nee dann müssen wir den hier nehmen Geht auch Sauber Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol Den machen wir damit sauber Somit ist er sehr viel schöner Ach ja und jetzt müssen wir nur noch Den Hebel hier umlegen 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 Nee Hier Okay Das hat schon mal minderwertig funktioniert Äh Hufus Alle Signale Warum bin ich überhaupt Der Rahmen ist schäbig Nee das soll es doch gar nicht Alle Signale stehen auf Warum bin ich Hat das nicht gerade noch geleuchtet Wie sonst was Och nee Ah guck mal was wir hier haben Mal gucken Wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze Da hält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe Exzellent So bin gespannt ob es funktioniert Jippie Schon wieder der Hebel So was machen wir damit Schon wieder der Hebel Ähm Was machen wir denn damit Freunde Ich überlege gerade Oh warte mal Das grelle Licht stabilisiert die Scheibe Ich kann im Dunkeln sehen Oh Guck mal hier Was Was war das denn War das eine fliegende Glühbirne Interesting Aber ich freue mich Hebel Rein da Ich habe keine Lust mehr Ich will hier unbedingt raus Ich bin Profi darin Das Pferd von hinten aufzuzäumen Aber in diesem Fall ist das Oh ja 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 Das hängt so manchmal Also ich weiß nicht woran es liegt Aber auf einmal macht es dann Wum Und dann war es halt wieder So Kinder losfahren Ah wir haben es geschafft So jetzt nur noch den Kran bedienen Und dann ist alles supi Das wird ein Kinderspiel Ready Oh Mist Verdammt Was ist denn los Ich bin doch sonst so lässig Das sind bestimmt diese Minengase Wie hält doch das nur aus Am besten frage ich ihn mal Warte mal Bevor ich jetzt Müssen wir ihn jetzt ernsthaft fragen Ich frag ihn mal Hallo Ich habe noch immer her Doch ich bin zu unruhig Das merkt man Sieh dich doch nur an Die Hände Die Augen Die Frisur Du solltest etwas dagegen unternehmen Unras Wenn ich unruhig bin Dann meditiere ich immer Meditiere? Ja Probier es einfach mal aus Also Leg dein Bein Och nö Oh der ist aber gelenkig Lass ihn einfach auf dich wirken Herrlich Jetzt noch ein kleines Schlückchen Schnaps Und Ähm Ruf Weißt du zufällig Wo mein Flachmann abgeblieben ist? Nö Eben stand er doch noch da Eben stand er doch noch da Ja Und jetzt guckt er da aus deinem Mantelsaum Wie ist er denn da hingekommen? Also entweder hast du ihn eingesteckt Oder wir haben es hier mit Wurmlöchern zu tun Ich habe keine Wurmlöcher Ich gehe mehrmals pro Woche zum Arzt Das ist Schrott-Schnacker Hallo Hm Oh Ich bin nachher Aber na Kleg einfach Etwa Okay wir müssen ihn irgendwie ablenken Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn Oh das kann man doch nicht machen Doch Tja Er ist ganz in seine Trance versunken Du fixierst ja gar nicht Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn Gut so Siehst du wie alles Ach nö Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern Bis ich etwas Rotes sehe Jetzt geht es weiter nach Süden Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da Und dann Schließlich Ähm Ich bin ja schon ganz vertranst Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen Wer du bist Ich Bin Ein Fluss Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Klachbahn und schon bin ich ganz relaxt Alles verstanden Hui Und was wird da Ich kann mir keine Entstellen Also lass Hallo Hm Wo Ich bin nah Aber nicht einfach etwas Ich will nie machen das so Das ist der Shit ey Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern Bis ich etwas Rotes sehe Jetzt geht es weiter nach Süden Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da Und dann Schließlich Ähm Ich bin ja schon ganz vertranst Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen Wer du bist Ich Bin Ein Fluss Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Klachbahn und schon bin ich ganz relaxt Alles verstanden Hui 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 Das ist doch Schrottschnacker Hallo Hm Oh Ich bin Aber na klick einfach da etwa Aber Rufus kriegt das doch nie im Leben hin oder doch Was ist denn los Du fixierst ja gar nicht Was ist denn los Du fixierst ja gar nicht Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn Ich will Ich will Ich will Gut so Siehst du wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert Nun lasse ich meine Augen nach Osten Und dann Ja okay das kennen wir schon Nee das wollte ich nicht Och man Das ist doch Schnell Ah ich vertu mich auch hier immer Hallo Hm Oh Ich bin Aber lebt Herrlich Jetzt noch ein Sucher Weißt du zufällig Na nun Ja Also entweder hast Ich gehe mehr Hey Oh ich könnte Er fehlt nur noch da Ich brauch sowas wie eine Flasche oder nicht Ich überlege gerade Ich habe doch hier noch irgendwo eine Haben wir nicht hier irgendwo noch Ich brauch sowas wie eine Flasche Jetzt mal zusammengefasst Ich habe doch hier irgendwo noch eine Flasche gesehen Außer Also der natürlich Warte doch Ah ich weiß wo die ist Ich weiß wo sie ist Da ist die Flasche Die nehme mit So Fragen wir die nochmal Weil sonst wird der ja misstrauisch Hallo Ich Aber Ich bewundere ihn übrigens immer noch dafür Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn Lass ihn einfach auf dich wirken Ähm Was ist denn los Du fixierst ja gar nicht Ja 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 Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn So geht's klar Was ist denn los Du fixierst ja gar nicht Was ist denn los Gut so Siehst du wie alles schärfer wird Und die Farben kräftiger Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern Bis ich etwas Rotes sehe Jetzt geht es weiter nach Süden Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da Und dann Schließlich Ähm Nun Ich bin ja schon ganz vertranst Äh Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen Wer du bist Und warum auch immer er ein Fluss ist Und warum auch immer er ein Fluss ist Und warum auch immer er ein Fluss ist Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed Alles verstanden So Dann müssen wir ja jetzt Bis zum Horizont Tetanus Es wird Zeit Wie mache ich das denn jetzt Es ist immer gut Man soll keine Sachen wimmen Ich habe Docs Fusel Die Quelle seiner ruhigen Hände Und seines schlechten Atems Toller Jahrgang Mist Aber jetzt Nein Der Doc hat mich gelogen Ich habe doch alles richtig Ich weiß noch nicht mal wie er dieses komische Spannungsding ins Kirchen machen soll Bis zum Horizont Tetanus Über das Ding da Scherben bringen Bist du denn Deppert Junge Da liegt nun wird Da liegt nun wird Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn Lass ihn einfach auf dich wirken Lass ihn gut so Ich habe nun jetzt und da und da Äh auf jeden Fall Anschließt alles Ja ich muss zuerst Dieses Mein Bein hinter den Kopf kriegen Ähm Wie mache ich das denn Ich will Ich will das Bein Dann Kopf und dann Bis zum Horizont Der Zeit Und hier muss man kein Bis zum Horizont Der Zeit Mh Da liegt nun wird Der Lieb Bis zum Horizont Der Zeit Nun gut Ich denke mal Das finden wir dann Nächste Folge raus Wenn es wieder heißt Let's Play Liege auf Liege auf Let's Play Deponia Wir sehen uns auf jeden Fall Die nächste Folge Und bis dahin Auf Wiedersehen